Und zwar, es geht die Auri herum mit einer Losbox. Ich habe die Möglichkeit, hier hinten vom Blut und zwei sehr kritische Bilder zum Thema der Gemahlkarte Covid-19 zu ersteigern. Das Los A 5 Euro, bitte beteiligt euch, seid so lieb, 5 Euro und 10 Euro noch besser, 20 Euro noch besser, eure Chancen steigen. Wir werden das heute noch verlosen, erster und zweiter Preis, diese beiden Bilder. Und das zweite ist ein persönliches Anliegen. Wir sind leider nicht in der glücklichen Lage, Presseförderungen zu bekommen, irgendwelche Initiationen von der Bundesregierung. Alles, was wir hier auf die Beine stellen, bezahlen wir in erster Linie mal aus der eigenen Tasche. Ob das die Flyers sind, ob das das Kuchenpacken ist, ganz egal. Wir würden euch bitten, die Mädels werden rumgehen mit einer kleinen Spendenbox, da ein bisschen was hineinzuwerfen. Ihr würdet die ganze Aktion unterstützen. Vielen Dank dafür. Sehr nach Kupferle ausgeteilt und so weiter. Übrigens, wer noch nicht gesehen hat, wer Kinder mit hat, hier hinten gibt es Kindermalen, da werden ganz, ganz rote Tiere oder sonstige fantasievolle Figürchen in die Gesichter der Kindergemalt, der mitmachen möchte. Natürlich auch, wer das innere Kind in sich hat, kann auch als Erwachsener natürlich sich das Gesicht anmalen lassen. Kurz zur Auflockerung, bevor man mit den Sprechern weiter machen will, es ist ein ganz, ganz lieber Musiker und Liedermacher und auch Musiker und Liedermacher aus Wien, da kommst du raus, Nino Bogan. Ihr habt ihn vielleicht schon bei der einen oder anderen Liedung singen gehört. Er macht ganz indische Liedertexte zu bekannten Liedern und er wird folgendes Lied zu festgeben. Fünf Minuten vor zwölf, ich würde sagen, wir haben locker fünf Minuten nach zwölf. Viel Vergnügen. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie sich jetzt nicht im Grab umdrehen, dass Sie sein Lied auf Anno 2020 oder in der Tappen ein bisschen. Aber ich glaube, er wird uns zustimmen. Ich glaube, dass Sie sich nicht die Liedern haben, um und bis sie schon gehört haben. Ich glaube, es geht jetzt wirklich eine Liedertexte zu beachten. Ich sah eine Welt in der Keile der Pharmazie, die Lüge der W.A.O. von einer weltweiten Pandemie. Und ich sah eine Macht, Überwachung und Ängste schüren, sah Regierenden stolz, unsere Wirtschaft zu Graben füren. Ich sah Menschen der Stadt, hinter Masken sich machtlos fühlen, Lobby wissen wie kalt, ihre dunklen Arturen trieb. Doch ich sah auch ein Kind, das voll blühender Freude war, eine indreiche Hand und ein Küssen des Liebespaar. Und ich sah auf die Uhr, fünf Minuten vor zwölf. Das ist ein kleiner Udo Jürgens, ne? Und ich sah eine Frau, die erfuhr fast vor Einsamkeit, die soziale Distanz in die Wänden der Sorgsamkeit. Und ich sah einen Arzt, der für Wahrheit und Freiheit stand. Dafür hat er mal nie sein Behandlungsrecht aberkannt. Doch ich sah auf die Kraft, die die Menschen zusammenwand. Und die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit als Licht und als Hoffnung für unser Land. Und ich sah auf die Uhr, fünf Minuten vor uns zwölf. Und ich sah mit ihren Lügen. 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 Ich sah Gesetze beträngen. Und ich sah Sensuren verhängen. Und ich sah mit ihren Zerstören. Und ich sah in Überwachung gewähren. Und ich sah mit ihren Lügen. Und jetzt zu Beginn. Und links da auf den Film. Dann wird hier und dann Wiesenbokolüste gehen. ...raeHSEN da wiederverhando. Na, 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 na.. Na, 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 na.. Na, na, na.. Na, na, na So viel in den ganzen Welt. Na, 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 na.. Na, 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 na... Da ist auch ein Mut, der so Frieden zur Wahrheit bringt. Geh' man schaffe zu ihr, dass die Zukunft am jetzt beginnt. Komm' nicht da auf dich. Fünf Minuten vor. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020